Hey, willkommen auf meinem neuen Vlog von diesem süßen Girl. Auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und ja, schaut es euch an. Später zu meiner Freundin. Und zwar, ich bin jetzt auf dem Weg zum Zug. Und ja, alles fährt hier noch so scheiße, dass ich mich mega beeilen muss, um rechtzeitig den Bus zu kriegen in Düsseldorf. Und ja, heute geht es auf nach Saarbrücken zum TÜB Festival und ich freue mich auf jeden Fall. Also wir sind jetzt in Saarbrücken angekommen und fahren jetzt zum TÜB Festival. Bis gleich. Bis gleich. Genau. Also wir sind jetzt hier beim TÜB Festival und gehen jetzt zu unserem ersten Meet & Greet mit Tina und Yves. Ja, das wird cool. Hey, wir sind gerade bei Yves und er ist wirklich ein sehr toller Mensch. Oh, dankeschön. Und folgt ihm alle auf Musical.ly und YouTube. Genau, dankeschön. Love you. Oh, das war's. Vielen Dank. 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 Cool. Cheers. Cheers. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.